Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Ich weiß von Beratungen, dass es nicht immer um schicksalhafte Veränderungen geht oder Lernprozesse oder Lebensaufgabe oder Loslassen. Sondern es wird oft Fragen gestellt wie Liebt er mich noch? Sehe ich ihn am Wochenende? Kommt er wieder zurück? Soll ich mit ihm im Urlaub fahren? Ist er treu? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Ist meine Kollegin falsch? Werde ich eine Kündigung bekommen? Bekomme ich wieder Arbeit? Kann ich meine Wohnung behalten? Und, und, und. Diese Art von Fragen und diese Art von Beratungen nenne ich als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet das? Das funktioniert schriftlich. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können auch ausführlich schreiben. Ich nehme auch Zeit dafür. Aber bitte nur eine Frage stellen. Das Ganze kostet 10 Euro. Ich beantworte persönlich zuverlässig und blitzschnell. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein E-Mail-Adresse. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.